Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und heute werden wir einen modernen Handyhalter in Form eines Menschen 3D drucken. Wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du mir ein Preisangebot machen, was du bereit bist, für das 3D-Modell zu zahlen. Du kannst es aber natürlich auch kostenlos herunterladen und mich kostenlos mit einem Abo und einem Like unterstützen. Außerdem kannst du gerne unter dem Video etwas kommentieren. Du kannst zum Beispiel Vorschläge für nächste Projekte kommentieren, oder Kritik äußern, oder einfach für den YouTube-Algorithmus einen Kommentar schreiben. Fangen wir also an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vergiss nicht, das Video zu likern und meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bitte kommentier unten, wenn du Fragen oder Ideen hast.